Musik Während wir alle gedanklich gerade im Corona-Zirkus festhängen, bauen Telekom und Vodafone heimlich, still und leise das 5G-Netz aus. Das Ziel, die Hälfte der Bevölkerung soll noch dieses Jahr 5G nutzen können. Jetzt sollte man meinen, wir müssten viele Aktivitäten sehen, also das Aufstellen von 5G-Sendemasten. Tun wir aber nicht, denn die gute Telekom hat einen neuen Plan für die Zukunft der Netze. Das Verfahren, das die Telekom nun einsetzt, nennt sich DSS. Das steht für Dynamic Spectrum Sharing. Einfach gesagt heißt das, dass die alten 3G-Antennen einfach auf 5G aufgerüstet werden. Telekom-Deutschland-Chef Dirk Wössner sagte dazu, wir haben großes Vor mit 5G und bringen den neuesten Mobilfunkstandard noch dieses Jahr in weite Teile Deutschlands. Ein Austausch der Antennen, wie es beim bisherigen 5G-Frequenzband der Fall ist, ist beim DSS-Verfahren nicht notwendig. Die Umstellung erfolgt per Software. Allerdings, aufgrund des deutlich geringeren Frequenzspektrums gegenüber den bisherigen 5G-Frequenzen, lassen sich auch keine Gigabit-Datenraten erreichen. Dafür erfolgt der 5G-Ausbau deutlich schneller. Und die Reichweiten der 5G-Sender sind aufgrund der Frequenzeigenschaften größer als bei den bisherigen Frequenzen. Ein Testprojekt läuft unter anderem zur Zeit in Wittlich in Rheinland-Pfalz. Dort wird die Technik des Standortes gerade erweitert und über die modernisierte Systemtechnik werden dann die vorhandenen Antennen angesteuert und bekommen quasi ein Upgrade auf 5G. Der Technikchef der Telekom, Walter Goldenitz, sagt dazu So sind wir deutschlandweit unterwegs, um diese 5G-Variante in unserem Netz zu erproben. Die Teststandorte sind dann die Blaupause für Deutschland, um noch in diesem Jahr mehr als die Hälfte der Bevölkerung im Telekom-Netz mit 5G zu versorgen. Das heißt, dass aktuell deutschlandweit jede Menge 5G-Tests laufen, ohne dass die Menschen etwas davon mitbekommen. Wer aber die Auswirkungen dieser Tests bereits zu spüren bekommt, sind die Tiere. In Rheinland-Pfalz gibt es zur Zeit ein mysteriöses Massensterben von Blaumeisen. Wir selbst sind ja nicht so weit von Wittlich entfernt und auch wir können von einer toten Blaumeise berichten. Das Tier war zunächst ganz aufgeplustert und hatte einen verklebten Schnabel. Sie hat immer wieder versucht zu fressen, war aber dabei richtig orientierungslos und ist merkwürdige Kreise geflogen. Nach etwa sieben Tagen haben wir die tote Meise dann in einer Hecke gefunden. Der von uns sehr geschätzte Kai Orak hat das Thema ebenfalls in einem Video aufgegriffen. Vom Naturschutzbund NABU bekommen wir Informationen, dass der Tod von Blaumeisen, also von Vögeln, jetzt festgestellt ist, warum das so passiert ist. Also die haben das untersucht und diese Vogel, also diese Blaumeisen, sind durch irgendwelchen Bakterien gestorben. Su, Tonella, Ortinochola, angeblich. Also sie haben festgestellt, interessant ist aber, dass sie schreiben, dass ungewöhnlich viele tote Blaumeisen man gefunden hat, in März und Mitte März und in Rheinhessen, in Rheinland-Pfalz. Das war da die Stelle. Was für ein Zufall, dass genau dort, wo Telekom 5G getestet hat. Ja, aber natürlich, das sind die Bakterien. Ja, das kann nicht was anderes sein. Bakterien. Es soll sich also um Bakterien handeln. Dann frage ich mich aber, warum die kranken Blaumeisen die anderen Vögel hier bei uns nicht angesteckt haben. Immerhin saßen sie alle am selben Futterhaus. Ihr könnt gerne glauben, was ihr möchtet, aber ich habe das Verhalten genau beobachtet und glaube in diesem Fall nicht an Bakterien, sondern an eine Störung des Orientierungssinnes und weiterer Hirnfunktionen. Die NABU ruft übrigens dazu auf, dass man aktuell keine Vögel füttern soll, damit sich die Bakterien nicht weiter ausbreiten. Also, wir füttern ganzjährig und haben das auch in den letzten Wochen so gemacht. Nach dem verstorbenen Vogel haben wir keinen weiteren erkrankten Vogel mehr gesehen. Und auch die anderen Vogelarten sind kerngesund. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, dass sie wahrscheinlich bei ihren Tests inzwischen die Frequenzen verändert haben. Und am Anfang der Tests lief vielleicht etwas schief. Man weiß es nicht. Übrigens befinden sich die Vögel gerade in der Brutzeit und brauchen ganz viel Nahrung. Das Einstellen der Fütterungen halte ich persönlich für fatal. Aber nochmal zur Verdeutlichung. Mindestens 1689 Meldungen zu betroffenen Meisen seien in Rheinland-Pfalz bislang eingegangen, teilte ein Referent der NABU mit. Die meisten Meldungen seien aus den Landkreisen Birkenfeld, Rheinhundsrück, Kochelmzell und dem Rheinlandkreis gekommen. Ich habe die Orte einmal bei Google markiert. Lasst es einfach mal auf euch wirken und bildet euch eure eigene Meinung. Also, wenn es euch in nächster Zeit nicht besonders gut geht, ihr Kopfschmerzen habt oder andere Auswirkungen, dann stellt die Telekom vielleicht auch gerade in eurer Nähe die Antennen von 3G auf 5G um. Ganz heimlich, still und leise. Passt gut auf euch auf. Eure Sandra Also, ich guckes Jr. Bis zum nächsten Mal. Kongate